Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Godcast 4.0. Im dritten Anlauf habe ich es dann endlich auch geschafft, das Aufwärmgerät auf Start zu drücken und somit legen wir los. Für alle, die bei YouTube reinschauen, heute mal Weltrekord oder Weltneuheit, es gibt nur eine Kamera. Und weil das Jahr 2020, ein Monat, nähert sich dem Ende oder je nachdem wann du diese Folge hörst, ist vielleicht auch der Monat schon rum, wie auch immer. Und natürlich, wie so viele, gibt es eine Podcast-Folge oder generell ein Thema zu den Vorsätzen für das neue Jahr. Die Fitnessstudios lehren sich wahrscheinlich schon wieder. Die zwei Jahresverträge sind abgeschlossen. Es haben sich neue passive Mitglieder gefunden. Jedes Fitnessstudio freut sich über zahlende Gäste, Kunden oder wie auch immer. Und es gibt keine Abnutzung der Geräte, mega stark. Allerdings, und das ist ein kleiner Tipp von mir, den ich aus eigener Erfahrung sehr gerne und auch kostenlos weitergebe. Also, wer sich im Fitnessstudio anmeldet und nicht hingeht, hat keinen Mehrwert davon, ja. Das wird auf Dauer nichts, auch wenn du einen Vierjahresvertrag abschließt und was auch so ein Klassiker ist, Muskeln aufbauen wollen und einmal die Woche eine Stunde hingehen. Das bringt auch meistens nichts, ja. Viele starten ja so mit dem Vorsatz ins neue Jahr, ich muss mehr für meine Gesundheit tun, ich möchte mehr abnehmen, ich muss mehr Sport machen, mehr, mehr, mehr. Und das ist so die Klassiker von ungenauen Formulierungen überhaupt. Ganz schwierig und auch viele, die mit dem Laufen neu starten, fliegen am Anfang, wie sagt man so schön, die Dropoutrate ist sehr hoch. Und ich wollte einfach mal, ich mache eine Doppelfolge und möchte einfach mal in der einen Folge oder hier jetzt in dieser ersten Folge einfach mal darüber reden, was sind so die Gründe, warum es meistens nicht funktioniert. Ich habe das einfach mal so auf drei Gründe runtergebrochen und in der zweiten Folge, wenn du die dann überhaupt noch brauchst, vielleicht, ja, vielleicht ist dir einfach dadurch, dass es dir bewusst wird, woran es liegt, schon geholfen oder du sagst, nee, 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 das wird nichts, ich brauche noch die Lösungen dafür. So, und mein Grund Nummer eins, den ich so rausgefiltert habe nach viel Recherche, ist einfach, dass Bewegung kein Grundbedürfnis ist. Das ist ganz blöd und das kennst du wahrscheinlich auch, du willst gerne was machen, du weißt auch so, der vordere Teil deines Gehirns, der sogenannte präfrontale Kortex, der ist mit so viel Fachwissen gespickt, was auf jeden Fall weiß, ich müsste da mal, gibt es ja auch diese Menschen, die immer sagen, ich müsste da mal was machen und sobald man dann nach Hause kommt, liegt man auf der Couch oder liegst du auf der Couch, ich spreche mich da gar nicht von frei, dann liegt man auf der Couch zu Hause und dann sagt man, okay, jetzt gehe ich dann doch nicht mehr los. Und das liegt einfach an dem limbischen System, was die emotionalen Entscheidungen trifft und meist treffen wir ja die Dinge schon, ja, sind es emotionale Entscheidungen, die wir so treffen. Ich empfehle an dieser Stelle das Buch Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann oder Daniel Kahnemann oder wie auch immer. Mega starkes Buch, das beschäftigt sich nämlich genau damit, dass schnelle Denken ist so dieses limbische System, was ganz schnell eine Entscheidung trifft und dann kommt der präfrontale Cortex, tritt daran ein und versucht dann alles zu rechtfertigen. Kennst du mit Sicherheit auch Menschen, die sich ein neues Auto gekauft haben, die fangen dann auf einmal an, das vor irgendwelchen Menschen zu rechtfertigen, wieso, weshalb, warum sie sich jetzt das neue Auto gekauft haben und meistens liegt es ja dann daran, das darüber zu rechtfertigen. Bei dem alten hätte man so viel in die Reparaturen stecken müssen, genau, und dann stecke ich lieber 2.000 Euro in Reparaturen oder nicht in Reparaturen und nehme lieber 10.000 Euro Wertverfall in Kauf. Nun gut, das muss jeder für sich entscheiden, das ist ein anderes Thema. Also, das Gehirn lebt noch in der Steinzeit und in der Steinzeit war es halt so, du bist nur rausgegangen, um auf die Jagd zu gehen und der Rest war einfach dafür da, möglichst viel Energie einzusparen, weil die Energie natürlich heute nicht verfügbar ist. Jetzt lebt diese Schwappelmasse zwischen unseren Ohren leider immer noch in der Höhle, reitet noch auf dem Dinosaurier und hat noch nicht mitbegriffen, dass der Rewe am Ort bis 22 Uhr geöffnet hat und Energie in fast jeglicher Form verfügbar ist und die meisten haben es eh auf den Rippen. Ja, und noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, die meisten Menschen werden gar nicht dick in der Zeit von Weihnachten bis Silvester, sondern in dem Zeitraum von Silvester bis Weihnachten. Kleiner Scherz am Rande. Also, es liegt einfach daran, Gehirn ist in der Höhle und hat noch nicht mitbekommen, dass die Energie verfügbar ist. Dann, der Grund Nummer zwei. Vorbilder, die wir heutzutage haben, die wir so vielleicht aus den sozialen Netzwerken her kennen, die uns vielleicht im Alltag begegnen, da muss ich mal kurz gehen, die uns im Alltag begegnen oder wie auch immer, die werden einfach, ja, falsch ausgewählt, viel zu groß ausgewählt, dann wird sich an irgendwelchen Menschen orientiert, die, ja, deren Fähigkeiten noch vielleicht einfach nicht erreichen kann oder, das ist dann vielleicht Grund Nummer zwei Punkt zwei, man sieht oftmals, dass diese Menschen irgendwas Tolles können, ja, Sixpack, Eightpack oder irgendwelche tollen Bewegungen, die können super klasse Fahrrad fahren, die fahren irgendwelche Floatrails runter und fliegen durch die Luft, so wie man das bei diesen geilen E-Hoft-Filmen immer sieht, die springen aus dem Helikopter raus, die können das irgendwie alles und da sei nur gesagt, an dieser Stelle Dinge, die oftmals, ja, leicht aussehen, die brauchen auch ihre Zeit des Lernens, ja, auch gerade so im Sport oder bis zur Olympiareife, wenn du irgendeine Bewegung ausführen möchtest, ausführen willst, bis zur Olympiareife brauchst du 5.000 bis 10.000 Wiederholungen und eher noch viel, viel mehr, wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Wiederholungen im Jahr, um dann irgendwann, keine Ahnung, nach 3, 4, 5 Jahren mal bei Olympia teilzunehmen, nur mal so als Beispiel, ja, von daher, also die Vorbilder, die wir haben und unsere Umwelt beeinflusst uns ja doch viel, viel mehr, als wir glauben, auch das ist beim Daniel Kahnemann nachzulesen, es ist einfach so, ja, und dann der dritte Punkt, den ich so herauskristallisiert habe, ist der, dass die Menschen sich die Ziele viel zu hoch stecken, dass sie sagen, okay, ich kenne das jetzt bei mir aus eigener Erfahrung, ich will mal einen Marathon laufen, so war es bei mir 2000, von war denn 2015, genau, und dann habe ich mich Mitte August zu meinem 40. Geburtstag angemeldet, mal eben schnell, ich laufe jetzt mal Frankfurt Marathon mit, 42,195 und der war Ende Oktober, sprich, es waren neun Wochen Vorbereitung und das Ziel, was ich mir gesetzt habe, waren drei Stunden 30 und erst im Nachhinein, wo ich dann völlig frustriert mit 3,49 durchs Ziel gelaufen bin, kam dann auch von außen die Rückmeldung, dass das Utopie ist, den ersten Marathon mit gerade mal neun Wochen Vorbereitung in 3,30 zu laufen, da brauchen andere drei, vier Jahre für. Also, Ziele werden zu hoch gesteckt, das sind zu unrealistisch, manch einer will dann 5 oder 10 Kilo in 3, 4 Wochen abnehmen, so funktioniert, aber die Welt nicht, das sind Prozesse, Veränderungsprozesse brauchen einfach, ja, brauchen einfach so die Zeit, genau. Und das, apropos Zeit, das wären jetzt so meine, meine drei Hauptgründe, wieso, weshalb, warum die Menschen oder warum es mit den Vorsätzen zum Jahresbeginn nicht klappt, ich sage, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschauen, diese erste Folge und wenn dir jetzt schon mal zumindest klar geworden ist, woran es liegt, vielleicht hast du schon Lösungen für dich parat, ansonsten einfach die nächste Folge auch wieder reinhören und da bespreche ich dann noch die Lösungen, die ich empfunden oder herausgefunden habe, mit denen du deine Vorsätze erreichst, deine Ziele und wie du 2020 zu deinem Jahr machen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, eine gute Zeit, schöne Woche, schöne Tage, schönen Abend, was immer du machst, wo immer du auch bist. Bis demnächst, vielen Dank, tschüss.